Yo, 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 liebe Leute, wie geht's, wie steht's? Willkommen zurück auf Sky Island. Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mitgekriegt, dass ich hier eine neue Insel gebaut habe, einen Harvester, einen Planter, also eine Baumfarm gebaut habe, das per Leitung hier rübergelegt habe, damit wir endlich Bäume und Äpfel kriegen, also Holz und Äpfel kriegen, den Strom hier hin verlegt und ich habe sogar extra von, oh, das ist schon ganz schön weit, von da unten hier Erde hochgelegt, damit das hier alles schön grün wird und das habt ihr jetzt alles nicht mitgekriegt. Ich bin zwischenzeitlich, bin ich hier auch noch irgendwie von einem Mob. Okay, scheint doch keins mehr da zu sein. Wieso habe ich jetzt eigentlich so Legs? Egal. Von einem Mob runtergeschmissen worden, habe alles verloren. Wir hatten den Harvester noch gar nicht gesetzt, den Planter hatten wir zum Glück schon gesetzt und ein paar Saplinge reingepackt, aber den Harvester haben wir verloren, den müsste ich zwischendurch neu craften und all den ganzen Kram. Das habt ihr jetzt alles nicht mitgekriegt, so ein Shit. Schade eigentlich, aber gut. So, haben wir das mit der Baumfarm jetzt auf jeden Fall schon gelöst und was ich dir jetzt vorhin auch noch gemacht habe, ist, ich habe das Gelände hier mal ein bisschen erweitert, denn das wird erstmal wieder abgerissen hier. Ich will das hier neu haben. Wir müssen ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen umbauen, denn was mir nämlich aufgefallen ist im Off, das hier funktioniert gar nicht so wie gedacht, weil diese neuen Deerhammer bringen zwar 1500 Steine pro Hammer, aber das Problem ist, so viele, hier hängen nur zwei Hopper, also 64 plus 10 mal 64 und dann ist das hier voll und dann gehen alle weiteren Steine, gehen dann einfach verloren. Das bringt also überhaupt nichts und einen Unbreakable Hammer kann ich da auch nicht reinsetzen, weil erstens mit Hammer arbeitet er nicht, zweitens kriegen wir den Hammer nicht Unbreakable. Shit. Tja, können wir nichts machen. Das heißt, wir reißen den ganzen Kram hier alles ab und machen uns direkt eine richtig effektivere Erzfabrik mit Pulverizern und, ne, Induction Smetter nicht, aber mit Pulverizern und dann den Graveler dahinter oder das Autosief und das Komprimieren der ganzen Erze machen wir nicht mit so vielen Autoworkbenches, wofür wir dann die ganzen Diapipes brauchen, also ein Kram, sondern mit einem Autokompressor. Der braucht zwar Strom, aber der kompresst alle automatisch, alle, alle Erze etc. und dann sollte die Produktion eigentlich auch wesentlich besser voranscheiden. So, das heißt, wir reißen hier jetzt erstmal eben wieder alles ab. Ich brauche meine Wrench. So, da haben wir die Wrench. Nein, nicht drehen, abbauen, abbauen. Geht der auch damit? Ja, der geht auch damit, wunderbar. Nein, den kann ich nur drehen. Nein, den kann ich nur drehen. So, jetzt nehmen wir mal eben die Lava wieder hier raus und das Wasser. Der da weg, der weg. Da weg, »**** 4, 1, 0. so jetzt sieht sie ziemlich leer aus wir kommen hier rein dann möchte ich hier später mein inventory panel haben so dann würde ich sagen machen wir wenn wir hier rein kommen würde ich sagen können hier cash ist hin machen wir ich würde sagen wir machen so einen rundgang oder aber ich glaube der kann ruhig ein bisschen kleiner 1 2 3 in der mitte hier anschlüsse 1212 so so denke so sollte das glaube ich reichen oder ich denke ich denke schon so und dann würde ich nämlich sagen machen wir ja ich würde sagen bei ihm die kiste wo wir jetzt mal eben einfach nur zwischenzeitlich mal in den ganzen grader da schreien packen und dann nehmen wir nämlich mal eben die cash ist hier mit so oder warte mal machen wir machen holz und äpfel den können wir eigentlich noch hier mit dabei packen so ja ich glaube das ist ganz gut machen wir drei hoch oder machen wir zwei hoch ich glaube wir machen zwei hoch und dann wieder die holzschicht ne ja machen wir glaube ich so dann kommt ihr jetzt hier weg du kommst da weg so 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 alles einstellen so so damit haben wir die auf jeden fall schon mal eingestellt nein ich komme hier nicht mehr raus okay so das so dass das halt nur in die richtung geht dann können wir jetzt stone bricks nein äh redstone wieso doch sieht man ok 1 2 3 4 der rest ist weg nice so ok gut dann haben wir hier schon mal so ein bisschen grundriss aber was wir machen können wir könnten hier eine treppe nach oben machen das könnten wir machen dann können wir dann können wir sogar so abbauen auch gut machen wir machen wir machen eine drei breite treppe ich glaube wir machen eine drei breite treppe dann müssen wir hier sogar auch noch einen nach außen gehen so dann groß holz machen wir einfach mal so ja machen wir so ne der bleibt erstmal so damit hätten wir jetzt zumindest schon mal die grundstruktur unseres lagers hier machen wir mal eben fackeln hin ansonsten haben wir gleich echt ein tierisches problem so ja hier oben ist erstmal alles ausgeleuchtet wunderbar so das ist eingestellt dann müsst ihr jetzt ja eigentlich naja komm naja los komm schon jetzt wachs doch endlich wachsen wachsen komm ist das jetzt dein scheiß ernst wieso wächst du nicht oak sapling weil es gerade nacht ist oder was ah ok gut äh lass mich raus ich wollte schon sagen wieso baust du nicht ab so dann müsste ich jetzt eigentlich holz an wow wow wieso greifst du mich an ich hab dich doch gar nicht angeguckt ich fasse es nicht aufnahme ist an ja aufnahme ist an das müsst ihr mitgekriegt haben Pisser und noch nicht meine enderperle getroppt toll und dafür bin ich gestorben ah wo kommt denn der jetzt her bestimmt von da hinten er dachte bestimmt ich hab ihn angeguckt so jetzt hab ich nicht gesehen ob das holz hier ankam man warte mal wie viel haben wir 34 35 voll ist nochmal was passiert na komm wo bist du da ist das holz und 35 es ist drin nice ist ein bisschen langsam ne ich brauche unbedingt nur white pipe aber warte mal ich kann ja mal eben gucken wie was unser was unsere Kakteen machen major ja nice wir haben ein kaktusgrün das machen wir jetzt zu so ner rope dann warte mal haben wir die sind die noch hier drin ah da sind unsere white transport pipe transport pipes white fluid pipe ok ach so transport mit so einem ding zu ner fluid alles klar so und jetzt müsste nämlich wenn ich jetzt den hier mache das meinte ich nice oder ach scheiße wie warte mal wo wo ist meine axt ja geil meine axt ist weg oder habe ich die in der truhe hoffentlich habe ich die noch in der truhe ja da alles klar damit hätten wir das auf jeden fall schon mal dann würde ich sagen kümmern wir uns jetzt um die erzfabrik so erstmal alles wieder hier rein und das auf die zwei das auf die drei und das auf die eins so jetzt brauchen wir wir brauchen jetzt für die erzfabrik mindestens einen pulverizer hardnet da ist ein machine frame basic schon drin pulverizer für ein hardnet brauchen wir steel mechanical component mv capacitor inver elektro einen mv capacitor und ein redstone block und wir haben nicht mehr genügend redstone nice ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder wenn ich genügend redstone habe so ich habe jetzt mal ein bisschen was gegravelt und jetzt würde ich sagen machen wir uns noch redstone block das können wir zusammenlegen so redstone und da haben wir den mv capacitor für oh da ist auch jede menge steel ah wir haben auch jede menge steel geil und jetzt brauchen wir noch elektron ah ja nice wir haben sogar noch welches auch resonant ender wow 3000 resonant ender ja geil wann sind denn da ender wann sind denn da ender männer drin gestorben ok gut wir in unserer schmiede ist also noch ein bisschen was von allem drin das ist schon mal geil so dann haben wir jetzt elektron so elektron und hardnet hardnet pretty nice so iron mechanical so jetzt machen wir noch ein basic habe ich den hardnet schon in der hand äh wirst du mich jetzt verarschen wieso ist denn der hier hinten rausgeploppt hardnet ja und dann können wir uns auch schon den nächsten pulverizer machen nice so damit hätten wir jetzt drei pulverizer ok gut die können wir ja irgendwann immer noch upgraden aber wichtig ist erstmal dass wir die das ding überhaupt anschmeißen upgraden werde ich wahrscheinlich dann aber auch im off sooo das haben wir schon mal wir brauchen aber noch etwas was den kablestone abbaut machen wir das jetzt mit dem autonome sectivator packen da dann boah können wir ne unbreakable pickaxe reinpacken und paper bräuchten wir eigentlich ok leute sugar canes haben wir jetzt momentan nicht aber wir haben einen pulverizer da können wir holz rein tun dann kriegen wir sawdust und das können wir mit dem wasser eimer können wir dann zu papier craften ich würde sagen das machen wir mal eben oh ne enderperle schön finde ich gut so pulverizer basic da können wir mal im holz reinpacken äh 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 v mv wie viel kriegen wir da raus ach nice dann haben wir aber noch lange nicht genug hm äh machen wir eben paar klein alles klar nice und wir können wieder rennen wuuu so wasser eimer ok wir gehen mal eben an eine wasserquelle so jetzt haben wir auf jeden fall ein bisschen papier das müsste doch eigentlich reichen oder so wir brauchen für eine pickaxe wo haben wir sie denn wo haben wir sie denn wo haben wir sie denn so ich hoffe ich hoffe das ding arbeitet mit einer pickaxe so pickaxe hat toolbinding und handle pickaxe hat toolbinding und der glaube ich ist das so dann müssen wir jetzt so ne nicht plastik papier lol braucht nur eins alles klar geht das auch so oh geil cool braucht man gar nicht schmelzen nice so dann machen wir das da rein und dann haben wir eine obsidian pickaxe nice so jetzt müssen wir nur äh ach da ist das optimieren äh warte mal wir ach so ja klar so äh ne falsche da so oh mehr haben wir nicht das ist schlecht forst 4 nice das funktioniert auf jeden fall aber jetzt gucken wir nochmal eben ob der autonomes aktivierter überhaupt damit arbeitet und dann würde ich sagen sorge ich ihm oft dafür dass ich eine unzerstörbare pickaxe kriege dann können wir nächste folge unsere erzproduktion aufbauen was haltet ihr davon das ist doch eigentlich eine ganz gute idee oder ich denke ich denke schon ich denke das können wir so machen so und du da rein links klick dann so und so strom müsstest du haben ja wunderbar cobblestone nein du sollst mir den cobblestone geben er baut ihn ab mit der pickaxe nice ach jetzt weiß ich gar nicht mehr ob ich die überhaupt noch ich hoffe ich kann die noch weiter verwenden aber gut sonst muss ich halt noch noch eine machen so das dann würde ich sagen das war's mit der folge und dann machen wir nächste folge machen wir dann unsere erzproduktion fertig und dann kriegen wir endlich mal vernünftig automatische ärzte bis dahin aaaaaaaaadios